Du siehst aus wie ein Mensch, der das, was er sieht, hinnimmt, weil er damit rechnet, dass er wieder aufwacht. Du fühlst dich im Moment sicher wie Alice im Wunderland, während sie in den Kaninchen vorstürzt. Ironischerweise ist das nah an der Wahrheit. Es ist ein bitteres Urteil für Nazi-Opfer in Italien und deren Angehörige. Vor italienischen Gerichten hatten sie Deutschland erfolgreich verklagt. Sie wollten individuelle Entschädigungen. Dem hat der Internationale Gerichtshof jetzt aber einen Riegel vorgeschoben. Die Bundesrepublik als Rechtsnachfolgerin des Dritten Reiches, Nachfolgerin des Dritten Reiches, dürfe nicht von Einzelpersonen verklagt werden. Das verstoße gegen das Völkerrecht. Nachfolgerin des Dritten Reiches, Nachfolgerin des Dritten Reiches. Sieg! 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 For diesen reasons, the Court, 1, by 12 votes to 3, finds that the Italian Republic has violated its obligation to respect the immunity, which the Federal Republic of Germany enjoys under international law, by allowing civil claims to be brought against it based on violations of international humanitarian law committed by the German Reich between 1943 to 1945. Two, by 14 votes to 1, finds that the Italian Republic has violated its obligation to respect the immunity which the Federal Republic of Germany enjoys under international law by taking measures of constraint against Villa Vigoni. Three, by 14 votes to 1, finds that the Italian Republic has violated its obligation to respect the immunity which the Federal Republic of Germany enjoys under international law by declaring enforceable in Italy decisions of Greek courts based on violation of international humanitarian law committed in Greece by the German Reich. Four, by 14 votes to 1, finds that the Italian Republic must, by enacting appropriate legislation or by resorting to other methods of its choosing, ensure that the decision of its courts and those of other judicial authorities infringing the immunity which the Federal Republic of Germany enjoys under international law ceases to have effect. Five, unanimously rejects all other submissions made by the Federal Republic of Germany. And it's an official, capital, 甚麼 ran in English in English milan the ise and tune in English in English t Vielen Dank.